Er ist abgelaufen, Sir. Oh Mann, was meinen Sie, wie oft ich mit dem hier schon rein- und rausgefahren bin? Wie bitte? Sehe ich aus, als wäre ich vom IS? Steigen Sie aus dem Wagen, Sir. Aussteigen? Aber klar, das mache ich... Er ist vom Ranger Battalion. Ranger Battalion. Ich reiße mir den Arsch auf, um körperlich und geistig wieder in Form zu kommen. Ich muss zurück ins Spiel, Sir. Du willst zurück ins Spiel? Beweise es. Sergeant Rodriguez war eine Legende. Das Begräbnis ist am Sonntag in Nogales. Sie wollen, dass sein Hund dabei ist. Krieg das hin und du bist wieder im Spiel. Sie ist unberechenbar. Erst ganz friedlich und im nächsten Moment landen drei Kerle in der Notaufnahme. Herr Hundchen, wir beide machen einen kleinen Ausflug. Easy. Was habt ihr denn alle? Sie ist doch ganz ruhig. Ach, was ist denn, Mann? Jetzt schallt doch mal runter. Nur einen Gang. Hey, hast du sie noch alle? Nein! Du bist ein Teufel. Ein echter Teufel. Was ist denn bloß los mit dir? Du warst doch mal eine Legende. Hey, 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 hör auf! Nein, nein, hey, hör auf! Du bist ja so brav. Wieso frisst sie ihn aus der Hand? Ich bin eben nett zu ihr. Sie ist doch süß. Braves Mädchen. Wenn du auf der Fahrt nicht mehr durchdrehst, kannst du doch ganz lustig werden. Dir Pfote drauf. Luloo? Bist du das? Braves Mädchen. Was? Ihr kuschelt? Echt? Hattest du noch nie einen Lulu-Schmuser? Macht ihr das nie? Nein, geschmust haben wir nicht gerade. Willst du sagen, Njub war genauso verkockst wie Luloo? Wir haben sechs Monate jeden Tag gearbeitet. Dann hat er aufgehört zu kämpfen und da dachte ich, vielleicht könnte ich auch damit aufhören. Schon gut, war nur Witz. Was mit dir ist? Sie hat noch nie in einem Bett geschlafen. Es spricht nichts gegen eine schöne, gemütliche Matratze. Ich hätte kein Zimmer für mich und mein kleines Mädchen. Ist das ein Purple Heart? War sie verwundet? Ja, das war sie. Danke für deinen Einsatz. Und sie haben bei ihr noch nie aggressives Verhalten beobachtet? Niemals. Sie liebt Menschen. Nein, nein, nein. Hundchen! Nein, Hundchen! Oh mein Gott, ich, ich kann sehen. Du bist ganz sicher nicht das Mädchen, mit dem ich in der Wanne landen wollte. Aber ich denke, man muss nehmen, was man kriegt. Oh mein Gott, ich bin der Wanne landen wollte.